Als die Einstürze begannen, geschahen sie sehr schnell und waren schon nach 10, 11, 12 Sekunden vorbei. Zweitens, achten Sie auf die Symmetrie. Die Gebäude stürzen genau gerade nach unten, fast direkt gerade nach unten. Ein asymmetrisches Schadensbild führt nicht zu einem symmetrischen Einsturz. Es ist sehr schwierig, etwas symmetrisch zum Einsturz zu bringen, weil es ein Gesetz der Physik ist, dass die Dinge zum Chaos intendieren. Ein symmetrischer Einsturz steht für Ordnung. Eine sehr konsequente Ordnung. Es liegt nicht in der Natur der Physik, ohne Grund zu einer Ordnung hin zu streben. Es wird das Chaos angestrebt. Es ist sehr schwierig, ein Gebäude symmetrisch zum Einsturz zu bringen. Am 11. September 2001 stürzten drei Gebäude des World Trade Centers WTC 1, 2 und 7 in New York ein. Daraufhin wurde zur Untersuchung der physikalischen Einsturzursache das Nationale Institut für Normen und Technologie, kurz NIST, beauftragt. Den genauen Untersuchungsauftrag erhielt es von der 9-11-Kommission, welche sich aus parteiübergreifenden Mitgliedern des US-Kongresses zusammensetzte. NIST ist eine Bundesbehörde der Vereinigten Staaten, zu deren Aufgabe unter anderem die Untersuchung und Prüfung von physikalischen und technischen Messungen gehören. Im September 2005 und im November 2008 veröffentlichte es einen Abschlussbericht über die Einsturzvorgänge der WTC-Türme. Laut dem Bericht seien die Türme aufgrund von unkontrolliertem Gebäudebrand eingestürzt, welcher durch die Flugzeugkollision und das Kerosin verursacht worden sei. Diese Aussagen bildeten die Grundlage der offiziellen 9-11-Version, auf welches sich Politiker und Leitmedien stützen. In den vergangenen Jahren wurden nun immer mehr fachkundige Gegenstimmen laut, die das Lügengebäude der offiziellen 9-11-Version massiv ins Wanken brachten. Nach Ansicht von vielen Ingenieuren, Architekten und anderen Wissenschaftlern sei es physikalisch nicht möglich, dass Aluminiumflugzeuge massive Stahlkonstruktionen wie die der Zwillingstürme des World Trade Centers gänzlich durchdringen. Auch war die Temperatur in den Türmen nicht hoch genug, um das kräftige Stahlgerüst zu schmelzen und zum Einsturz zu bringen. Im August 2016 nun begann sich Peter Michael Ketchum, ein ehemaliger Mitarbeiter des NIST, mit dem Bericht über den Zusammenbruch des World Trade Centers auseinanderzusetzen, der vom NIST Jahre zuvor veröffentlicht wurde. Ketchum arbeitete von 1997 bis 2011 beim NIST, vorerst im Geschäftsbereich für Hochleistungssysteme und Dienstleistungen und später in der mathematisch-rechnerischen Wissenschaftssparte. Er selbst war an den Untersuchungen zu 9-11 nie beteiligt. Schon bald wurde ihm klar, dass die Untersuchungen des NIST keine ernsthafte und echte Studie waren. Was er herausfand, ging ihm durch Mark und Bein. Ketchum sagte wörtlich Ich hatte immer geglaubt, dass die Forschung von NIST höchst seriös war. Nun zu sehen, was sie mit der Untersuchung und dem Bericht über das World Trade Center gemacht hatten, machte mich fassungslos. Ich sah, dass kontrollierte Sprengung als naheliegendste Ursache überhaupt nicht untersucht wurde. Genau genommen wurde es in ein oder zwei Sätzen im Bericht abgehandelt. Wie kann es sein, dass beinahe die gesamte westliche Politik und Medienwelt aufgrund des unseriösen NIST-Berichts behauptet, die Einsturzursache der drei Gebäude des WTC sei geklärt. Aufgrund der fehlenden Faktenlage wird nun zumindest klar, warum alle Zweifler der offiziellen 9-11-Version als Verschwörungstheoretiker verunklimpft werden. Schlicht und einfach, weil es an stichhaltigen Beweisen und schlüssigen Argumenten fehlt, die die offizielle Version stützen würden. In der nachfolgenden halbstündigen Filmproduktion des Vereins Architects and Engineers for 9-11 Truth zu Deutsch Architekten und Ingenieure für die 9-11-Wahrheit berichtet Peter Michael Ketchum über die unzuverlässige und unglaubwürdige Untersuchung der NIST zu 9-11. Unterdrückte Ungereimtheiten des Abschlussberichts werden im Film, den Klagemauer TV für sie auf Deutsch übersetzt hat, aufgedeckt. New York City 2001 Kein hohes Gebäude ist jemals hauptsächlich durch Feuer eingestürzt. Doch Ermittler glauben, dass genau das am 11. September mit dem 47-Stockwerke-Hohen World Trade Center Nummer 7 geschah. Gemäß einer dreijährigen, umfangreichen Untersuchung über Gebäude und Feuersicherheit, die gerade vom Nationalen Institut für Standards und Technologie, kurz NIST, abgeschlossen wurde. Könnte man eine kontrollierte Sprengung beim Gebäude vornehmen? Sicherlich. War das beim WTC-Gebäude Nummer 7 am 9.11. der Fall? Nein. Das Gebäude Nummer 7 war kein gewöhnliches Gebäude. Neben anderen wichtigen Mietern, einschließlich mehr an Geheimdienst- und Sicherheitsbehörden, war auch die Notfallzentrale von New York City hier untergebracht. Hat Ihnen jemand schon von Gebäude Nummer 7 erzählt? Haben Sie schon von Nummer 7 gehört? Nein. Schauen Sie sich mal um und erzählen uns dann etwas mehr, wenn Sie dort waren. Lasst uns niemals ungeheuerliche Verschwörungstheorien zu den Anschlägen vom 11. September tolerieren. Mein Name ist Peter Michael Ketscham. Ich bin in Wisconsin geboren und aufgewachsen. Ich verbrachte einen Großteil meines Lebens in der Welt von hochleistungs- und wissenschaftlichen Rechnern. Ich arbeitete von 1997 an, 14 Jahre lang, bei NIST. Anfangs war ich im Geschäftsbereich für Hochleistungssysteme und Dienstleistungen und einige Jahre später wurde ich in die mathematisch-rechnerische Wissenschaftssparte versetzt. Außerdem war ich Vorsitzender unserer Seminarserien für angewandte Mathematik und habe diese mehrere Jahre durchgeführt. Das ist NIST, das Nationale Institut für Standards und Technologie. In den USA werden die Standards maßgeblich von der Industrie gesetzt, aber NIST spielt eine entscheidende Rolle bezüglich Unterstützung, Prägung und Förderung dieser Bemühungen durch die Koordination mit der Regierung. Im Verlauf unserer Geschichte haben wir tiefe wissenschaftliche Wurzeln ausgebildet, die sich über eine ganze Reifenfachrichtung erstrecken. NIST wurde damit beauftragt, die Einstürze des World Trade Centers vom 9.11. zu untersuchen. Und Mitglieder des Komitees. Vielen Dank für die Gelegenheit, über diese Rolle und die Untersuchungen des Einsturzes der World Trade Towers auszusagen. Ich war nicht an den Untersuchungen oder beim Schreiben des Berichts beteiligt, aber ich wusste auf jeden Fall, dass Untersuchungsstudien in Gange waren. Die Rolle von NIST war, wie ich es verstehe, die Einstürze der drei World Trade Center-Türmer zu untersuchen und damit meine ich die Türme 1, 2 und 7, zu bestimmen, warum sie eingestürzt sind. Die Einstürze dieser Türme war die schlimmste Gebäudekatastrophe in der Menschheitsgeschichte. Ingenieure und Notfalleinsatzleitungen der Nation hatten dies nicht erwartet und waren größtenteils unvorbereitet auf solch eine Katastrophe. Im Juli 2016 begann ich mich damit zu befassen. Es ergab sich eigentlich während eines Gesprächs mit einer Freundin, die ich schon seit 30 Jahren kenne. Und sie sagte nebenbei so etwas wie, Hast du bemerkt, dass es zunehmend mehr Beweise gibt, dass die offizielle 9-11-Darstellung nicht ganz das ist, was wir alle dachten? Einen Monat lang tat ich nichts. Ich ließ es einfach auf mich wirken. Jedoch ab Mitte August fühlte ich den starken Drang, das Ganze zu untersuchen. Und nach kürzester Zeit wurde mir klar, dass die Untersuchung der Einstürze des World Trade Centers durch NIST keine ernsthafte und echte Studie war. Und ich wurde schnell erbost. Zuerst war ich wütend auf mich selbst. Ich konnte nicht glauben, dass ich es nicht vorher bemerkt hatte. Wie konnte ich es nicht während der letzten 15 Jahre gemerkt haben? Und diese Wut wandte sich dann recht schnell gegen NIST, meinen früheren Arbeitgeber, den ich immer sehr geschätzt hatte. Und ich hatte immer geglaubt, dass die Forschung von NIST höchst seriös war. Nun zu sehen, was sie mit der Untersuchung und dem Bericht über das World Trade Center gemacht hatten, machte mich fassungslos. Guten Morgen. Ich bin hier, um die Ergebnisse unserer dreijährigen Studie über den Einsturz des World Trade Center Gebäude 7 zusammenzufassen. Bevor ich damit anfange, Ihnen zu zeigen, was wir herausfanden, möchte ich Ihnen sagen, was wir nicht herausfanden. Wir fanden keinerlei Beweise dafür, dass Sprengladungen für den Einsturz von Gebäude 7 eingesetzt wurden. Wir haben detaillierte Computersimulationen von Sprengszenarien durchgeführt. Eine Explosion dieser Größe hätte ein unglaublich lautes Geräusch erzeugt, was weder von den Videos des Einsturzes noch von Augenzeugen belegt wurde. Sie müssen weggehen von hier. Gehen Sie weg von hier. Nummer 7 explodiert. Hören Sie das. Behalten Sie das Gebäude im Blick. Es wird bald einstürzen. Mir wurde sofort klar, dass es erdrückende Beweise gab, dass alle drei Türme, 1, 2 und 7, aufgrund von kontrollierter Sprengung einstürzten. Und dieser Bericht konzentrierte sich fast nur auf Ursachen, die von Feuer her rührten und den damit verbundenen Flugzeugabstürzen und Flugzeugkerosin. Was wir herausfanden, war ein unkontrollierter Gebäudebrand, der ein außergewöhnliches Ereignis verursachte. Den Einsturz von World Trade Center Gebäude 7 geschah hauptsächlich aufgrund von Feuer. Ich sah, dass kontrollierte Sprengung als naheliegendste Ursache überhaupt nicht untersucht wurde. Genau genommen wurde es in ein oder zwei Sätzen im Bericht abgehandelt. Das dritte Mal heute, zur Erinnerung an die Bilder, die wir alle schon zu oft im Fernsehen gesehen haben, als ein Gebäude durch Dynamit absichtlich zerstört wurde, um es herunterzubringen. Was wie eine Hochhaus-Implosion aussieht. Der Nineschein hat, als hätte das eine Abrissmannschaft gemacht. Das ganze Ding bricht einfach in sich zusammen. Es war fast wie eine geplante Sprengung. Es sackte einfach durch. Das ist kontrollierte Sprengung. Sind Sie sicher? Absolut. Das wurde gesprengt. Das war ein bezahlter Auftrag. Das hat ein Spezialistenteam gemacht. Soweit wir wissen, ist es das erste Mal, dass ein Gebäude mit über 15 Stockwerken in erster Linie wegen Feuer kollabiert. Was besonders an Gebäude 7 ist, und ich denke, das ist auch der Grund, warum es so viel Aufmerksamkeit bekommt, es wurde nicht von einem Flugzeug getroffen. Das konnte also nicht als Ursache gelten, warum das Gebäude einstürzte. Nun, es gab einige Brände. Es waren aber keine schrecklich großen Brände. Aus meiner Sicht waren sie eher moderat. Und was die Sache sogar noch komplizierter macht, ist, dass es offensichtlich ein Vorwissen von Seiten einiger Leute gab. Sie schienen zu wissen, dass das Gebäude einstürzen würde. Das Gebäude da drüben, das braune Hohl, das ist World Trade Center Nummer 7. Es gibt mittlerweile mehrere Berichte von verschiedenen Verantwortlichen, dass es das Gebäude ist, was als nächstes einstürzt. Mir hat sogar ein Beamter gesagt, dass sie nur darauf warten, dass es jeden Moment einstürzt. Dieses Gebäude fliegt gleich in die Luft, alle zurück. Rettungshelfer drängten die Leute vom Schauplatz weg. Wir gehen zurück. Das Gebäude geht gleich hoch. Nun, all diese Geschichten passen nicht zusammen. Ein massives Stahl-Skelett-Hochhaus stürzt nicht wegen ein paar kleinen Bränden ein. Wenn das so wäre, dann wäre das schon extrem und zudem extrem ungewöhnlich, dass so etwas passiert. So ungewöhnlich, dass man unmöglich vorhersagen könnte, wann und ob es passiert. Aber gleichzeitig gibt es Leute, die regelrecht darauf warten, dass es einstürzt und die teilweise sogar schon vor dem Einsturz berichtet haben, bevor er überhaupt stattfand. Wir erhalten gerade Berichte, dass eines der anderen Gebäude, Gebäude 7 des WTC-Komplexes, brennt und eventuell schon eingestürzt ist oder gerade dabei ist einzustürzen. Wir haben Neuigkeiten, die soeben reingekommen sind, dass das Solomon Brothers Building in New York im Herzen Manhattans ebenfalls eingestürzt ist. Es waren nur wenige Leute im Selman Building, als es einstürzte. Ich meine, es gab, glaube ich, Befürchtungen, möglich weitere Einstürze in dieser Gegend, richtig? Das wäre zumindest zu hoffen, da die ganze Innenstadt hier hinter mir komplett abgeriegelt und bis auf die Rettungskräfte evakuiert wurde. Veranlasst wurde das Ganze vom Bürgermeister Rudi Giuliani. Der Punkt ist, dieses Gebäude ist massiv gebaut und es gibt keinen Grund, anzunehmen, es könnte einstürzen. Können Sie bestätigen, dass Nummer sieben gerade eingestürzt ist? Ja, so ist es. Und Sie, Sie wussten den ganzen Tag, dass es passieren würde? Wir haben Berichte gehört, dass das Gebäude instabil ist und dass es entweder von selbst einstürzen würde oder halt abgerissen wird. Wir wussten von Anbeginn unserer Studie, dass es schwierig werden würde, zu verstehen, was mit Gebäude sieben am 11.9. passiert ist. Es passte in keinem Lehrbuchschema, auf das man erleichtert verweisen und sagen könnte, genau darum ist das Gebäude eingestürzt. Ich glaube, es gibt einen Ausspruch irgendwo, dass die Ermittler von NIST so etwas gesagt haben, im Sinne von, sie hatten Schwierigkeiten herauszufinden, warum Gebäude Nummer sieben zusammenbrach. NIST ist äußerst kompetent. Wenn sich also NIST verwirrt zeigt durch den Einsturz eines Gebäudes, in dem nur ein bisschen Feuer brannte, das aber alle Anzeichen einer kontrollierten Sprengung zeigt, wenn sie also sagen, sie stünden mit leeren Händen da und sie könnten es nicht herausfinden, das ist unglaubwürdig. NIST stellte ein Modell von dem Einsturz des Gebäudes Nummer sieben vor und es scheint mir, dass sie nach Strohhalmen griffen. Unsere Studie hat thermische Ausdehnung als ein neues Phänomen identifiziert, das den Einsturz eines Gebäudes verursachen kann. Zum ersten Mal wurde gezeigt, dass Feuer einen fortschreitenden Einsturz auslösen kann. Als ich Kind war, viele Leute werden sagen, dass das noch vor ihrer Zeit war, da gab es einen Comiczeichner namens Goldberg. Er zeichnete Karikaturen von Maschinen, die etwas sehr Einfaches auf unglaublich komplizierte Weise machten und das sollte lustig sein. Wie funktioniert ein Türöffner hier wirklich? Hier sehen Sie, wie der Kellner die Katze B auf einem Stapel Schmutz im Geschirr A trägt. Nun sieht Katze B die Maus C. Natürlich ist dies eine ausgestopfte Maus, da sie auch noch für den nächsten Kellner gebraucht wird. Es sollte eine Parodie auf einen Aspekt der menschlichen Natur sein, die manchmal dazu neigt, Dinge viel komplizierter zu machen, als sie eigentlich sind. Diese nannte man RUB-Goldberg-Maschinen, es waren Goldberg-Geräte. Und löst die Bombe G aus, die ganz sanft die Tür H öffnet. Die Erklärung, die NIST für den Einsturz von Gebäude Nummer 7 vorbringt, klingt nach einem RUB-Goldberg-Gerät. Es gibt zum Beispiel Träger hier drüben, die sich nicht ausdehnen können, wegen dieses Pfeilers hier zum Beispiel. Und er kann einknicken. Und Sie sehen genau hier ein Beispiel für einen geknickten Träger. Ein Pfeiler rutscht in einigen Stockwerken aus seiner Verankerung und innerhalb von wenigen Momenten geschieht eine Kettenreaktion wie mit Dominosteinen, welche das Gebäude völlig zum Einsturz bringt. Es ist möglich, dass es ein örtliches Versagen gibt als Folge des Versagens einer Verbindung. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Versagen das gesamte Gebäude auf diese Weise niederreißt, dass alle Stahlträger zur gleichen Zeit nachgeben, ist unmöglich. Unmöglich? Ja. Und Sie sehen hier auf der Leinwand den Stahlpfeiler ganz rechts. Das ist Stahlträger Nummer 79. Und das ist der Stahlträger, der als erstes nachgibt und die Stockwerke zum Einsturz bringt, gefolgt von den benachbarten Stahlträgern. Stahl-Skelett-Bauwerke machen so etwas nicht. Das würde so nie passieren. Das ist eine reine Fantasiegeschichte. Das ist ein Modell, das den Gebäudeeinsturz zeigt und es passt sehr gut zum Video über das Ereignis. Passt das Modell, das NIST für World Trade Center 7 produzierte, zu dem, was wir in Wirklichkeit sahen? Nein. Hörte sich an wie ein Gewitter. Es sieht so aus, als ob da eine Schockwelle das Gebäude durchzuckte und die Fenster heraussprengte. Ein Moment später knickte das unterste Stockwerk nach außen und das restliche Gebäude folgte dann. Und wissen Sie, mich erinnert das an das alte Märchen des Kaisers neue Kleider. Jeder sieht den Kaiser vorbeigehen und wird Hirn gewaschen, damit er glaubt, dass der Kaiser ein wundervolles Gewand trägt, obwohl er doch eigentlich nur Unterwäsche anhat. Der König hat ja gar keine Kleider an. Was sehen wir nun im NIST-Modell? Erstens werden nur die ersten paar Sekunden davon gespielt. Wir sehen nur einen kleinen Teil davon, wie ein Teil des Gebäudes einzustürzen beginnt. Es ist extrem untypisch, ein Computermodell anzufertigen und eine Animation des Modells zu erstellen und nur den ersten Teil davon zu zeigen. Warum lässt man es nicht bis zum Ende laufen? Wo ist das Ende? Und das, was wir sehen, passt nicht zusammen mit dem, was wir in Wirklichkeit gesehen haben. Bei der Animation für das NIST-Modell des Einsturzes vom World Trade Center 7 knicken die Seiten ein, der obere Teil verbiegt sich auf eine seltsame Weise. Das ist nicht das, was das Video des Einsturzes von Gebäude Nummer 7 zeigt. Gebäude Nummer 7 stürzte ziemlich geradlinig ein. Das ist offensichtlich. Die Art, wie das Bauwerk einstürzt, das ist das Ergebnis von etwas Geplantem. Das ist nicht zufällig, dass der erste Turm einstürzt und dann der zweite in ein und derselben Weise. Wie sie das zustande gebracht haben, wissen wir nicht. Eine Sache, die ich bemerkt habe bei den NIST-Untersuchungen und Gutachten ist, dass man sich darauf fixiert, wie der Einsturz anfing. Als ob man nur bis dahin untersuchen müsste, wo der Einsturz anfing. Aber es gehört noch einiges mehr dazu. Man hört gerade dort auf, wo es erst interessant wird. NIST fasste es in ein oder zwei Sätzen zusammen, so in etwa, und dann stürzte das Gebäude komplett zusammen. Wir waren damit beauftragt, die Gründe des Einsturzes herauszufinden. Und wir fanden heraus, was geschah. Ich denke, wir haben es wissenschaftlich dargelegt, was es brauchte, um den Einsturz auszulösen. Ist der Einsturz einmal ausgelöst, der Videobeweis ist ziemlich klar, wurde er nicht von den Tagen darunter aufgehalten. Deshalb gibt es von uns keine Berechnung, um das zu zeigen. Es geht aus dem Video klar hervor. Nur bis zum Auslösen des Einsturzes zu untersuchen, bedeutet, nur einen Teil des Ganzen zu bearbeiten. Und lässt einen großen Teil aus? Vielleicht ist etwas vom Gebäude heruntergefallen. Es könnte vielleicht sein, wir wissen es nicht, um ehrlich zu sein. Aber das, was Sie hier sehen, so sieht das World Trade Center im Moment aus. Don Daler von ABC Good Morning America ist gerade dort in der Nähe des World Trade Centers. Don, kannst du uns erzählen, was gerade geschieht? Ja, Peter, Don Daler hier, vier Blocks nördlich vom World Trade Center. Das zweite Gebäude, das von einem Flugzeug getroffen wurde, ist gerade komplett eingestürzt. Das ganze Gebäude ist eben gerade eingestürzt, als ob ein Sprengtrupp es abgerissen hätte, wie man es von den alten Gebäuden her kennt. Es fiel von sich selbst in sich zusammen und ist nicht mehr da. Das soll es sein. Vielen Dank. Ist es gänzlich zusammengestürzt? Die ganze Seite ist eingestürzt, das ganze Gebäude ist eingestürzt, das ganze Gebäude ist eingestürzt, das ganze Gebäude ist eingestürzt. Wenn der obere Teil des Gebäudes aufgrund der Schwächung der Stahlträger angefangen hat, instabil zu werden, würde man logischerweise erwarten, dass der obere Teil anfangen würde zu kippen, zu ächzen, Verbindungsstreben anfangen zu brechen. Und das Oberteil würde dann einfach zur Seite herunterfallen und auf die Nachbargebäude herunterkrachen. Und der Rest des Turmes würde stehen bleiben. Das ist das, was man erwarten würde. Stattdessen sahen wir etwas völlig anderes. Es ist nicht vertretbar zu glauben, dass die Schwächung einiger Stahlträger in der Nähe der Einschlagstelle irgendwie dazu führen kann, dass ein komplettes Gebäude symmetrisch in sich in seine eigene Grundfläche zusammenstürzt und nichts zurücklässt, als nur Staubteilchen. Das ist nicht plausibel, das ist nicht realistisch. Sehen Sie sich einige Videos der Einstürze an. Achten Sie auf folgende Dinge. Schauen Sie sich den plötzlichen Beginn an. Als die Einstürze begannen, geschahen sie sehr schnell und waren schon nach zehn, elf, zwölf Sekunden vorbei. Zweitens, achten Sie auf die Symmetrie. Die Gebäude stürzen genau gerade nach unten, fast direkt gerade nach unten. Ein asymmetrisches Schadensbild führt nicht zu einem symmetrischen Einsturz. Es ist sehr schwierig, etwas symmetrisch zum Einsturz zu bringen, weil es ein Gesetz der Physik ist, dass die Dinge zum Chaos intendieren. Ein symmetrischer Einsturz steht für Ordnung. Eine sehr konsequente Ordnung. Es liegt nicht in der Natur der Physik, ohne Grund zu einer Ordnung hin zu streben. Es wird das Chaos angestrebt. Es ist sehr schwierig, ein Gebäude symmetrisch zum Einsturz zu bringen. Mark Loiseau war sein Leben lang in seinem Familienunternehmen. Er weiß, was nötig ist, um ein Gebäude zum Einsturz zu bringen. Das größte Stahlgebilde, das wir abgerissen haben, ich glaube, dass es immer noch ein Guinness-Buch-Rekord ist, ist das JL Hudson-Gebäude in Detroit. Ich habe Monate gebraucht, um es zu planen. Ich brauchte Monate, um das Gebäude dafür vorzubereiten, wo ich die Sprengladung anbringe. Monate. Und drittens, sehen Sie sich den Schutt an, der übrig blieb. Es sind keine großen Stahlteile oder große Betonstücke. Es sind feine Partikel. Überraschenderweise so wenige Trümmer. Wo sind all die Trümmer hingekommen? Der Beton wurde pulverisiert und ich war am Dienstag hier und es war wie auf einem fremden Planeten, über im Zentrum Manhattans. Nicht nur diese Stelle hier, von einem Fluss zum anderen. Staub, Pulver, fünf bis acht Zentimeter hoch. Der Beton war einfach pulverisiert. Wir haben hier Bürogebäude mit 210 Stockwerken. Man findet hier keinen Schreibtisch, man findet keinen Stuhl, kein Telefon, keinen Computer. Das größte Stück eines Telefons, was ich gefunden habe, war die Hälfte der Tastatur. Es war ungefähr so groß. Das Gebäude stürzte zu Staub zusammen. Und sie sollten sich auch diese Videos anschauen, um die explosive Art der Einstürze zu sehen. Man kann im Wesentlichen eine Welle von explosiver Zerstörung sehen, die das Gebäude hinunterwandert, während es zusammenstürzt. Explosionen aus den Fenstern, riesige Stücke, riesige Stücke der äußeren Stahlträger, die mehrere hundert Meter zur Seite fliegen. Der Stahl fliegt aufgrund der Erdanziehungskraft nicht mehrere hundert Meter zur Seite. Die Anziehungskraft wirkt vertikal, nicht seitlich. Da muss eine Kraft dort sein, die es zur Seite hindrückt. Sonst würde es einfach nur runter auf den Boden fallen. So wie ein Ball, den man aus dem Fenster fallen lässt. Warum hat NIST einen Bericht herausgegeben, der anscheinend um jeden Preis versucht zu vermeiden, den wahrscheinlichsten Grund zu untersuchen? Warum? In diesem Fall kontrollierte Sprengung. Warum würde NIST das vermeiden wollen? Warum würden Sie alles versuchen, um das zu vermeiden? Ich kann nur Vermutungen anstellen. Und ich betone das Wort Vermutungen. Vielleicht wurden Sie gezwungen, vielleicht wurden Sie unter Druck gesetzt. Ich weiß nicht, woher dieser Zwang oder Druck hätte kommen können, aber es ist nicht typisch für NIST, etwas schlechter als ausgezeichnet zu tun. NIST legt sehr viel Wert auf seine Forschung. Und das müssen Sie auch, denn damit tun Sie sich hervor. Dieser Bericht passt ganz und gar nicht in dieses Muster. Was wir entdeckt haben, ist wirklich eine neue Art von progressiven Einsturz. Ich denke, man sollte verstehen, dass NIST wirklich ein hervorragender Arbeitsplatz ist. Und für viele Leute, die dort arbeiten, ist es eine wirklich gute Arbeitsstelle und sie haben viel zu verlieren. Es ist nicht allzu schwer, damit anzufangen, Leute unter Druck zu setzen und ihnen Angebote zu machen, die sie nicht ablehnen können, um sie zu etwas zu zwingen. Und je nachdem, welche Personen oder welche Leute involviert sind, kann das ganz subtil oder ganz offen passieren. Ich kann bestenfalls spekulieren, dass etwas in dieser Richtung passiert ist. Wir haben die Studie durchgeführt, ohne voreingenommen zu sein und ohne Beeinflussung von irgendjemandem und wir haben uns verpflichtet, die bestmögliche Arbeit zu tun. Und ich möchte empfehlen, dass die Öffentlichkeit an diesem Punkt die Wissenschaft würdigt, die wirklich hinter dem steckt, was wir sagen. Ja, warum habe ich es nicht gesehen? Ich denke, die schmerzhafte Wahrheit ist, dass ich in Blindheit und Unwissenheit dem gegenüber gelebt habe, was wirklich passierte. Ich habe nicht so viel darüber nachgedacht. Ich hörte die offizielle Geschichte und wie viele Leute glaubte ich sie. Wissen Sie schon etwas über die Ursachen der Explosionen, welche Sie zwei Gebäude zum Einsturz brachten? Kam es durch die Flugzeuge oder durch etwas anderes? Es gab weitere Explosionen. Wir glauben, dass es Folgewirkungen von den Flugzeugen waren, die in die Gebäude flogen. Wir wissen nichts von einer weiteren Explosion. Und ich schäme mich, das zu sagen. Aber es ist die Wahrheit. Als ich es mir anschaute, konnte ich es nicht fassen. Hier ging es nicht um feine Unterschiede oder feine Diskrepanzen oder Unterschiede des wissenschaftlichen Blickwinkels, die noch einer weiteren Untersuchung bedurft hätten. Es schrie einfach nur eindeutig. Wir haben keinen Sauerstoff. Ich denke, dass die offizielle Geschichte sich so lange halten konnte, lag an einem Zusammenspiel verschiedener Dinge. Eins davon ist Bequemlichkeit, ein anderes Angst und das dritte ist Unwissenheit. Viele Menschen haben sich wahrscheinlich einfach nicht damit beschäftigt. Sie verstehen es nicht. Sie sind sich dessen einfach nicht bewusst. In anderen Fällen ist es die Bequemlichkeit. Sie haben keine Ahnung, was passiert sein könnte, aber sie sind nicht wirklich interessiert daran, es herauszufinden. Und es kann andere geben, die eine starke Vermutung haben, was geschehen sein könnte, aber sie sind von Angst gepackt, von Angst gelernt. Der Grund, warum ich Klartext gesprochen habe, ist sehr einfach. Ich habe mich geäußert, weil ich glaubte, dass es das Richtige war. Ich habe kein anderes Motiv. Es wäre an dieser Stelle schön, wenn jemand, der zur Zeit bei NIST angestellt ist, auch Klartext sprechen würde, aber das ist die Entscheidung eines jeden persönlich. Was ich sehe, ist, dass sich gerade die offizielle Version über den Einsturz des World Trade Centers beginnt zu entwirren. Und ich denke, die Chancen stehen gut, dass die Auflösung weitergeht und vielleicht beschleunigt wird. Aber es könnte sehr brisant sein. Wenn es sich weiter auflöst, dann denke ich, könnte es sehr schmerzhafte Enthüllungen geben, die für unser Land sehr schwer anzunehmen sein werden. Unser Krieg gegen Terror beginnt mit Al-Qaida, aber er hört dort nicht auf. Er wird nicht aufhören, bis jede Terrorgruppe mit globaler Reichweite gefunden, gestoppt und vernichtet wurde. Und ich verharmlose das überhaupt nicht. Es könnte sehr schmerzhaft werden. Die Amerikaner sollten nicht einen Kampf erwarten, sondern eine lang andauernde Auseinandersetzung, anders als je zuvor. Aber die Wunden von 9-11 waren zu lange ohne Heilung. Und sie sind am Eitern, sie faulen vor sich hin und sie sind infiziert. Wenn man eine Wunde am Körper hat, wird man sie als erstes mit heißer Seifenlauge auswaschen und verbinden. Ja, es tut weh. Es tut weh, wenn man es wäscht. Es brennt. Es ist ein stechender Schmerz, aber man tut den Verband drauf und der Schmerz wird weniger. Und nach ein paar Stunden ist es nur noch ein leichter Wundschmerz. Mein Punkt ist, dass die Wahrheit heiße Seifenlauge ist. Meine Meinung ist, dass Wahrheit die heiße Seifenlauge ist, mit der wir die Wunden von 9-11 auswaschen, damit wahre Heilung einsetzen kann. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020